Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio und heute haben wir wieder mal einen absoluten Klassiker für euch vorbereitet, beziehungsweise er wurde sich natürlich gewünscht von einem wundervollen Hörer, nämlich von Jonas. Vielen Dank an der Stelle und diese Folge ist so kolossal, so klassisch, dass ich das heute ausnahmsweise mal nicht alleine machen kann. Bei mir ist Marc. Hi Ivo, du alter Kultistenführer. Ja, heute haben wir wirklich einen der allergrößten Klassiker wahrscheinlich oder einen der sehr großen Klassiker von den Simpsons. Wir haben sogar da auch sowas in unserem Shop, fällt mir gerade auf. Stimmt. Also, weil ihr da auch ein Teil von Kultist werden wollt, könnt ihr das bei uns im Shop mal gucken, da haben wir T-Shirts zu. Denn wir haben natürlich die Steinmetz-Folge, die einzig wahre Steinmetz-Folge. Genau, mit dem Lied. Mit dem Lied und das Lied ist halt allein schon ikonisch ohne Ende und den Stein, es gibt so viel. Aber da kommen wir in der Folge zu. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Alles wie, als wäre es eine normale Simpsons-Folge, nämlich mit einem Tafelgag, wo Bart dran schreibt, der Zusatz war nur ein Scherz, macht die Beleidigung des Rektors nicht ungeschehen. Ja, also, er hat wohl Skinner beleidigt und es war aber nur ein Scherz, deswegen, ich denke, es war okay. Ja, es war doch nur ein Scherz. Und der Couchgag ist das Bild Relativität von MC Escher, also dieses Bild mit den Gemälden, das in alle Richtungen geht, von oben nach unten. Und sie kommen alle eine andere Treppe hochgelaufen oder runtergelaufen oder von der Seite gelaufen, je nachdem, wo sie herkommen, und setzen sich auf die Couch. Und es beginnt direkt mit einer Katastrophe, denn der Keller der Simpsons ist vollkommen überflutet. Und ein Klempner ist gerade da, der überraschenderweise nicht der alte, sarkastische Mann ist, sondern irgendwie ein anderer Typ. Also er sieht so ähnlich aus, aber ich glaube ja nicht, dass er es ist. Nee, er ist es nicht. Und jedenfalls ist er auch wenig motiviert in seinem Job, denn er sagt ihm so, ja, das Ersatzteil dafür, das bekomme ich in zwei bis drei Wochen, wenn ich es heute bestelle, aber das werde ich nicht. Und er sieht dann auch auf seinem Pieper, auf seinem Notfallding, dass die Batterie leer geht, aber das hat halt trotzdem gepiept vorher, dass wir sagen, oh, ich muss zum Notfall, ich kann hier nicht mehr bleiben, ich gehe jetzt. Und als Lösung gibt er den Simpsons den Vorschlag, dass wir einfach einen Topf drunter stellen, damit das Wasser in den Topf reinfließt und nicht mehr in den Keller. Ist eine gute Idee, aber funktioniert leider nicht so gut. Nee, komisch. Aber im Keller sehen wir auch wie immer halt den Tiki im Hintergrund noch stehen. Natürlich, den riesigen Steinkopf. Der ist auch manchmal auf dem Dachboden auch, also da muss man aufpassen. Ich frage mich, wie sie den vom Keller in den Dachboden kriegen. Ja, manchmal muss halt rumgeräumt werden, dann geht das schon. Ja, eine Katastrophe jagt die nächste, denn auf dem Weg zur Arbeit fährt Homer in einen heftigen Stau und er schaltet dann direkt das Radio ein und Arnie Pai ist hilfreich wie immer und berichtet von diesem Stau. Und da sehen wir aber auch, dass er den Stau verursacht hat, denn er ist mit dem Hubschrauber abgestürzt und ist auf der Autobahn. Aber das hält ihn nicht davon ab, weiter zu benachrichtigen. Ja, Springfield wurde auch für die nächste Szene ein klein bisschen umgebaut nochmal, denn der Parkplatz des Kernkraftwerks, der sehr, sehr groß ist, der Parkplatz, der grenzt an den Garten der Simpsons und Homer parkt eben quasi direkt neben seinem Garten. Er kann nämlich die Kinder auch vom Fenster aus sehen und er muss ewig weit laufen bis zu seiner Arbeitsstelle. Ich verstehe einfach so gut, dass er ewig langfristig zur Arbeit fährt und dann parkt er einfach neben seinem Haus auf dem Parkplatz. Ja, echt so. Das ist einfach so gut. Ja, jedenfalls, als er dann endlich nach wahrscheinlich Stunden am Kraftwerk ankommt, sieht er die Autos von Lenny und Karl, die dort direkt dran parken, also wirklich direkt am Eingang quasi. Und als er sie dann fragt, wie sie solche guten Parkplätze bekommen haben, sagt Lenny, dass es ein Geheimnis ist und Karl faucht ihn dann an, dass er das nicht sagen soll. Also er soll noch nicht mal wissen, dass es ein Geheimnis ist. Und dann kommt eine Szene, die richtig, richtig witzig war, fand ich, denn Homer Stuhl bricht und er schreibt die Firma, die er hatte, auf seine Rache-Liste, also auf die Revenge-List, aber wie es im Deutschen auch einfach übersetzt wurde, auf die Revanche-Liste. Ja, er will nur eine Revanche, er will ja keine Rache. Ja, und da sind einige, also ich habe da ein paar Mal Stopp gemacht, was da so draufsteht. Zum einen steht da drauf die Bill of Rights, also die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, Grandpa, dann Fat-Free-Lard, also wahrscheinlich der Donut-Laden, Lard-Lad-Donuts. Die haben auch einen fettfreien und der steht auf seiner Rache-Liste. Die Schwerkraft, die Emmys, Charles Darwin, Age to War, die Wildwasserbahn aus Quassiland, oder? Äh, glaube, ne, doch, ne, warte, das war in diesem Mount Splashmore, genau. Ah ja, genau. Das war in diesem Mount Splashmore. Die Folge hatten wir auch vor kurzem. Ja, mir kommt es auch bekannt vor. Ähm, Billy Crystal und Solo-Flags, mit denen ich leider nichts anfangen kann und auch vergessen habe, da zu recherchieren. Und Gott und Stern Lecture Plumbing. Und da habe ich nochmal zurückgeguckt und wollte mal gucken, wie der Klempner am Anfang hieß und das war eben genau dieser Klempner. Ja, das ist so clever. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Da habe ich ja alles gedacht. Ja, jedenfalls, äh, nachdem er das aufgeschrieben hat, geht er rüber zu Lenny und Karl und will, dass sie ihm helfen mit seinem Hocker. Aber da sieht er, dass die, die übelsten, also sie haben einfach so Massagesessel, äh, wie sich ein wahrer Gamer sie nur wünschen könnte. Hm. Und er hat einfach nur diesen dummen Hocker und dann fragt er wieder, wie sie das bekommen haben, aber, äh, die gleiche Prozedur wie vorher. Lenny sagt, das ist ein Geheimnis, Karl sagt, dass er seine Schnauze halten soll. Ja, und genau, das folgt auch nochmal. Denn Lenny und Karl haben Ringe für den Getränkeautomat, also sie müssen da nicht bezahlen. Und sie können Mittwochs mittlerweile nicht mehr mit ihm abhängen oder mit ihm trinken gehen, denn sie haben da immer was anderes vor. Und was sie da vorhaben ist, wie man sich schon denken kann, ein Geheimnis. Karl kann gerade aber nicht sprechen, weil er gerade aus seiner Dose trinkt und deswegen sagt Homer, Lenny soll die Schnauze halten. Er ist so ein guter Freund. Ja, er ist einfach ein guter Freund. Ja, er ist so ein guter Freund, dass er es jetzt auch beschatten will übrigens. Das machen gute Freunde. Ja, genau. Und, äh, Marge ist davon auch nicht begeistert von der Idee, weil, äh, Homer immer, wenn er Leute beschattet, sich irgendwie blamiert. Zum Beispiel, als er Bill Clinton beschattet hat, weil er dachte, dass er ihren Garten umgräbt. Das finde ich auch so gut. Das ist so dämlich einfach. Ja. Aber irgendjemand muss es ja gemacht haben. Ja. Das kann eigentlich nur Bill Clinton gewesen sein. Stimmt. Eigentlich schon, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, jedenfalls will dann Homer unauffällig kurz gehen und versucht, sich eine Ausrede auszudenken. Aber leider ist seine Ausrede die Wahrheit, nämlich, dass er jetzt die beschatten geht. Und, äh, er geht aber einfach trotzdem los. Und er macht es auch clever. Äh, einfacher wäre es bestimmt nicht gegangen. Denn er, äh, macht einen Farbeimer mit einem Loch hinten an die Anhängerkupplung von Lenny's Auto. Und dann folgt er einfach der Spur. Ja, und das englische Zitat, was er da sagt, also im Deutschen war es natürlich wieder verhunstern. Aber im Englischen sagt er, now all I got to do is follow the yellow trip road. Und das ist von Zauberer von Oz. Aber das ist die Yellow Brick Road. Ah, okay. Ja. Ich hab den Film nur einmal gesehen, glaub ich, und das nur drei Viertel, wenn ich eingeschlafen bin. Aber das ist doch ein eingängiger Song, den muss man sich doch merken können. Ach, sorry. Alles gut. Äh, jedenfalls kommen sie dann zu einem mysteriösen Tempel, der jetzt nicht irgendwie versteckt ist oder so. Der steht einfach da, aber trotzdem ist er geheim. Und, äh, da ist ein riesengroßes Auge dran. Äh, und man muss schon direkt an die Illuminati denken, wenn man ihn sieht. Ja, oder an die Freimaurer. Genau. Also die ganze Steinmetze sind ja auch eine Anspielung an die Freimaurer. Ja. Und die werden auch sogar noch sehr explizit erwählen später. Ja. Einfach ein Best-of von allen Kulten, die es gibt. Ja. Und er will auch einfach in dieses Haus reingehen, aber da steht so ein sehr breit gebauter Typ vorne dran. Aber der lässt ihn natürlich nicht rein. Und deswegen dreht Homer um und geht wieder. Da muss ich sehr an die Maison Derriere-Szene von Grandpa denken. Ja. Die auch ein sehr klassisches Meme geworden ist. Ja. Und, äh, zum Glück hat dieses Gebäude aber eine riesige Glaskuppel. Auf die sich Homer dann legen kann. Aber, wie ihr das vielleicht schon wisst, ist Homer relativ, äh, schwer. Füllig. Und deswegen, ja, füllig. Er hat schwere Knochen, könnte man sagen. Und deswegen bricht das Glas dann auch ein. Und jetzt erfährt er dann natürlich die härteste Strafe, die die Steinmetze haben. Denn, äh, sie werfen ihn raus. Und, aber in dieser kurzen Szene, wo er da drin ist, sieht man schon, da ist so ziemlich jeder Springfielder, der was auf sich hält. Jeder männliche Springfielder. Also eine, eine erkennbare Abstinenz von Frauen ist zu erkennen. Mhm. Äh. Aber, ja, sie werfen ihn da einfach raus. Ja, was ich da auch sehr, sehr seltsam fand, was ich über die ganze Folge ziehe, ist, dass Dr. Hübert in diesem Clan drin ist und irgendwie immer so einen goldenen Helm trägt als einziger. Echt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der hat immer so einen komischen goldenen Helm an. Verrückt. Das ist ja Nummer zwei. Man weiß es nicht. Kann gut sein. Ja, und am nächsten Tag, da stellt er dann Lenny und Karl zur Rede und sagt, was er da alles gesehen hat in diesem Tempel. Und Karl sagt erstmal, ey, was, wir wissen von nix. Und Lenny sagt, die Steinmetze sind sehr exklusiv, da können wir nichts zu sagen. Und das war natürlich wieder sehr, sehr dämlich. Er hat seine Schnauze nicht gehalten. Er hat sich einfach nicht an das gehalten, was er tun soll. Ja, aber jetzt müssen sie ihm natürlich auch verraten, wie man denen beitreten kann. Nämlich nur als Sohn eines Steinmetzes oder indem man einem Steinmetz das Leben rettet. Und da schreitet Homer natürlich sofort zur Tat und kloppt Lenny das Eiersandwich aus der Hand. Denn da ist Cholesterin drin und das würde ihn irgendwann umbringen. Aber Lenny ist gut informiert über Cholesterin und erklärt ihn dann darüber auf, dass das gar nicht bewiesen ist. Und dann verdächtigt ihn Homer, schon von der Eierlobby erreicht worden zu sein. Was Lenny natürlich abstreitet, aber im Hintergrund sehen wir einen Mann im Eierkostüm, der schnell verkrätzt. Fand ich so mega gut. Ja, diese Szene ist einfach so absurd und so lustig. Vor allem, war das im Englischen dein Eierlobby? Ich weiß es nicht mehr. Im Deutschen hat er einfach nämlich gesagt, Moment, ich find's grad... So ein Eierforscher-Kriterin. Eierforscher-Kriterin. Allein diese Übersetzung schon wieder, find ich so unfassbar geil witzig. Also diese ganze Szene, die hab ich auch mit dem Handy abgefilmt, weil ich sie nochmal angucken wollte hinterher. Ganz, ganz reudig, schlechter, einfach mit dem Handy vom Bildschirm abgefilmt. Dieser Typ im Eierkostüm, den gibt's auch bei Simpsons Springfield. Den hab ich sogar, den hab ich sogar. Wenn man den antippt, fällt er einfach um. Super. Der beste Charakter. Der kommt auch später nochmal vor. Ja, und Homer liegt jetzt mit Marge im Bett und denkt, niemand mag ihn, weil niemand will halt mit ihm was machen, weil alle beiden Freimaurern sind, nur er nicht. Und das ist ihm schon mal passiert, dass er nicht in den Club durfte. Und das ist auch einer der tollsten Gags zusammen mit dem Bordschild für mich aus meiner Kindheit, muss ich sagen. Denn es kommt ein Rückblick auf den Keine-Homer-Club. Ja, aber Homer versucht natürlich trotzdem reinzukommen, aber dann wird er rausgeschickt und er beschwert sich dann, dass Homer-Clumpet auch rein durfte. Aber, äh, es ist ja keine Homer-Club, aber das Homer ist in Mehrzahl, das heißt, einer darf rein. Ja, und dieser Homer-Clumpet guckt dann auch aus diesem Fenster raus und macht so ein ultra-witziges Lachen. Kannst du das nachmachen? Nee, ich hab's nicht mehr im Kopf, es tut mir da schade. Ja, und beim Abendessen erzählt er dann auch der Familie noch von den Steinmetzen. Lisa fragt ihn, was da überhaupt so gemacht wird. Er weiß offensichtlich überhaupt gar nicht, was die machen. Und Grandpa erzählt immer mal wieder, dass er Mitglied bei den Steinmetzen ist. Was für Homer eigentlich nicht so uninteressant wäre, denn er ist damit ein Sohn eines Mitglieds. Aber sie haben leider einen Hypnose-Kurs damals gemacht, um Grandpa ignorieren zu können. Genau. Der gut funktioniert auch scheinbar. Offensichtlich, aber Bart weist ihn darauf hin, dass er in diesem Fall vielleicht mal auf ihn hören sollte. Und Grandpa sagt es dann einfach nochmal. Und dann ist Homer natürlich positiv geschockt. Und er holt dann auch seine ganzen Kreditkarten raus. Denn er ist bei sehr vielen Sachen Mitglied, unter anderem auch bei den Freimaurern, wie vorher schon erwähnt. Er ist Kommunist und außerdem der Präsident der Schwulen- und Lesbenvereinigung. Aber er weiß auch nicht so genau, warum. Aber dann letztendlich holt er auch die Karte von den Dings. Den Steinmetzen. Genau. Holte er dann auch raus. Wow. Das war eine Glanzleistung meines Gehirns gerade. Allerdings. Aber Homer nimmt sich dann auch diese Karte der Steinmetze und die Karte der Kommunisten, weil da überlegt er eventuell auch mal Mitglied zu werden. Schadet auch selten. Ne, ja. Vor allem in Amerika, da ist man sehr offen, was sowas angeht. Ja, das stimmt. Naja, geht auch mit Grandpa zu den Steinmetzen, schiebt den vor sich her und sagt, dass er jetzt Mitglied werden kann. Und das kann er auch tun, aber erst müssen sie auf Nummer 1 warten. Und da macht er sich erstmal ein bisschen lustig drüber. Aber alle haben Nummern. Karl ist, glaube ich, die 12. Lenny ist, glaube ich, die 12. Karl ist die 14. Irgendwie so. Und Mr. Burns ist irgendwas in den 20ern. Also sie sind beide vor Mr. Burns. Und haben deswegen die absolute Freiheit, ihn zu schikanieren. Und das tun sie auch. Genau wie in der letzten Folge ist Mr. Burns hier irgendwie unterwürfig. Ja. Interessant. Ist echt interessant. Aber was soll er tun, ne? Die Steinmetze haben ihre eigenen Gesetze. Mein Gehirn ist nach deinem nicht weit voraus, Ivo. Wir passen uns immer an. Ja, das stimmt. Irgendwas. Kommt dann direkt der nächste wunderschöne Gag. Denn jetzt ist Nummer 1 eingetroffen. Und die Einweihungszeremonie von Homer soll jetzt stattfinden. Und sie haben ihm die Augen verbunden und auf so ein kleines Podest, das irgendwie einen halben Meter nur hoch ist, geschleppt. Und haben einen Ventilator vor ihm aufgestellt, sodass er denkt, er wäre irgendwie auf einem hohen Gebäude. Und sie sagen ihm dann, er wird von dem fünften Stock geschmissen. Und wenn er dann noch überlebt hat, dann ist er würdig, ein Steinmetz zu sein. Und dann schubsen sie ihn runter, dieses kleine Podest. Und er fällt hin und erschreckt sich und alle lachen. Aber dann bricht der Boden ein und er fällt tatsächlich fünf Stöcke in den Keller runter. Ja. Ja. Er will es auch nochmal machen, denn er will sich natürlich an die Regeln halten. Und er sagt freiwillig, dass seine Augenklappe verrutscht ist, als er ganz unten ist. Aber es war eigentlich gar nicht der Deal, muss man sagen. Ja. Aber allein diese fünf Stockwerke, die dann wirklich anbrechen, das ist immer so gut. Er hat jetzt auch noch ein paar andere Aufgaben vor sich. Also er muss diverse Zeremonien durchgehen, die alle daraus bestehen, dass er mit Paddeln auf den Hintern gehauen bekommt. Und die haben alle sehr, sehr wilde Namen. Zum einen die Durchquerung der Wüste, das nicht blinzelnde Auge. Äh, das Frack des Hesperos und das Planschen des geschwollenen Hinterns. Ja. Und dann ist er ein Steinmetz. Genau. Und zwar die Nummer 908. Also wahrscheinlich ganz unten. Ja. Ja, klar. Ja. Und jetzt, da das alles hinter ihnen ist, können sie sich betrinken und Pingpong spielen. Denn, wir werden noch sehen, das Ding besteht eigentlich nur draus, dass alle trinken ohne Ende. Ja. Und jetzt schlagen wir einen Kreis zum Anfang, denn Homers Leben verbessert sich drastisch dadurch, dass er jetzt endlich bei den Steinmetzen ist. Zum Beispiel ist der Klempner wieder da und sagt auch wieder, dass er nicht dazu gekommen ist, die Teile zu bestellen. Deswegen dauert es jetzt noch wochenlang, aber Homer gibt ihn an den geheimen Handshake der Steinmetze. Und da holt der Klempner irgendwie so einen Schraubenschlüssel raus und dreht einfach eine Schraube zu und sofort ist das Ohr wieder dicht. Also, ja. War nicht so ein großer Stress. Ne. Und dann ist Homer auch direkt wieder im Stau, aber das macht ihm jetzt auch nichts mehr aus. Der hat so einen Knopf im Auto, wo er einfach so einen geheimen Tunnel öffnen kann, wo er dann durchfahren kann direkt zum Kraftwerk. Und genau diesen Tunnel, den gibt es auch bei Simpsons Sit & Run und damit kommst du auch ins Kraftwerk rein von hinten. Oh mein Gott. Ultra gut. Es ist aber an einer anderen Stelle. Es ist nicht an der Autobahn, sondern ist in der Nähe vom goldenen Haus vom Erfinder von Itchy & Scratchy. Ich war, glaube ich, auch letztes Mal mal gesehen. Da in der Nähe ist der Tunnel dort, was ihr denn sucht. Ja, er hat zwar immer noch denselben Parkplatz, also er ist ja, wie gesagt, immer noch eine schlechte Nummer, aber er hat immerhin freundlicherweise Rollerblades bekommen, dass er jetzt ganz easy zum Kraftwerk fahren kann und nicht mehr so weit laufen muss, aber das ist gar nicht so galant, was er da macht, muss man sagen. Also er ist nicht so gut auf Rollschuhen. Man könnte fast sagen, es dauert länger, da jetzt zum Kraftwerk zu kommen. Aber als er dann erstmal da ist, wird er direkt von Lenny & Carl ausgewiesen mit allem, was er als Steinmetz braucht. Irgendwie so ein Aufgeber für sein Auto, damit er keine Strafzettel mehr bekommt und damit ihm der Notarzt die Brieftaschen nicht klauen darf. Das ist aber nochmal ein anderer Sticker, also er braucht beide Sticker. Ja, aber der sieht genau gleich aus. Also es ist komisch, wie die den unterscheiden können. Ja, und dann geben sie ihm auch noch die geheime Nummer, denn ab jetzt soll er nicht mehr 911 rufen, wenn er, oder 911, 911 klingt irgendwie sehr seltsam, rufen, wenn er den Notarzt braucht, soll er jetzt, soll er 912 die richtige Nummer wählen, weil natürlich die ganze amerikanische Gesellschaft, die haben alle nur die Fake-Nummer. Ja, die warten alle nur drauf, bis man Steinmetz anruft, wirklich bei den Notrufen. Ja, er liest auch daheim das Buch der geheimen Steinmetz-Geschichte, da stellt sich auch raus, dass eigentlich Steinmetzer alles gemacht haben. Die ganzen Gründungsväter waren Steinmetze, die besaufen sich direkt nach der Unterschreibung der Unabhängigkeitserklärung und verprügeln sich auch und verprügeln den Besitzer von dem Gebäude. Und ja, das waren alles nur Alkoholiker eigentlich, stellen die da hin, die Steinmetze. Genau. Und das sieht man auch in der nächsten Szene, wo dann endlich besagtes Lied kommt, was vielleicht in die Simpsons-Geschichte eingeht, als das schlechtest auf Deutsch übersetzt Lied der Geschichte, weil das wirklich sehr schlecht ist. Ich habe mir das nicht auf Deutsch anhören können. Das ist sehr, sehr schlecht. Wie hier. Wie hier. Auf Englisch ist es besser. Hört es auf Englisch an. Aber dann ist es ein fantastisches Lied, was einem noch den ganzen Tag im Hinterkopf stecken bleibt. Ja, und in diesem Lied sehen wir auch nochmal ein paar Leute, die da sitzen halt. Zum einen den, so einen grünen Alien, den es übrigens auch bei Simpsons dem Spiel gibt auf dem Handy, da Springfield. Skinner ist bei den Freimaurern. Krusty, der Eiermann, den wir schon gesehen haben am Anfang. Dr. Hilbert eben mit diesem Goldhelm. Und auch Leopold, der, was war denn der eigentlich? Das ist der Typ, der nur dazu da ist, um den Kindern Angst zu machen, um dann irgendeinen netten Mann, der in der Schule, oder eine nette Frau, die in der Schule jetzt das Sagen hat, vorzustellen. Das ist spezifisch der eine Gag, wofür dieser Charakter da ist. Das ist echt so. Ja, aber es gibt auch einen besonderen Anlass, denn den Orden gibt es jetzt seit, ich glaube, 1500 Jahren. Und zur Feier des Tages gibt es dann Rippchen. Und Homer, der natürlich noch nicht so lange dabei ist, schämt sich, falls er sich irgendwie versaut. Und deswegen braucht er irgendeine Serviette. Und ja, aber es gibt in seiner Umgebung nichts. Aber er findet dann was. Und als Nummer 1 dann ankündigt, dass sie ja im Schatten des heiligen Pergaments sind. Dass das heilige Pergament plötzlich nicht mehr in seinem Rahmen. Nee. Sondern Homer hat es sich eben ins Revier gesteckt. Das ist, glaube ich, nicht das Revier. Ich weiß nicht, ob das Revier ist, die Tasche links. Keine Ahnung. Und in den Kragen rein. Und ja, alle sehen das. Und er soll Antwort darauf geben. Aber er putzt sich erstmal den Mund ab. Putzt sich auch die Ohren und die Nase noch in das Pergament. Und gibt es dann nochmal zurück. Und daraufhin wird er natürlich aus den Steinmetzen geworfen. Weil er hat das Heiligtum dieses Ordens zerstört. Komplett. Ja. Genau. Und dann werden auch ihm seine Kutten natürlich abgenommen. Auch seine geheime Steinmetz-Unterwäsche wird dann verbrannt. Und da kommen da so Gespenster raus. Also ja, das ist, was man mit dieser Unterwäsche gemacht hat. Wir werden es nie erfahren. Ja, das ist auch wie bei Indiana Jones. Da bei Öffnen der Bundeslade kommen auch so Gespenster raus. Also das ist ein Gag an Indiana Jones. Okay. Seine Unterhose ist die Bundeslade. Ich verstehe. Und als Homer dann auch sagt, er hat seine Lektion gelernt, geht er sich nochmal hinten an die Wand und kloppt wieder auf das Pergament drauf. Also dann ist es wirklich ultimativ zerstört. Ja. Und zum Abschluss, zur Feier des Tages, dass er jetzt rausgeworfen wird, muss er noch nach Hause gehen. Und das muss er nackt tun. Und mit dem Stein der Schande. Zur Demütigung. Ja. Und das ist ein riesengroßer Stein, den er an den Hals gekettet bekommt. Und das ist natürlich jetzt die ultimative Schande. Er geht in seiner Schande raus, doch plötzlich andächtige Stille. Und alle schauen plötzlich auf Homer, denn sie sehen, er hat das Muttermal. Er ist offensichtlich der Auserwählte, weil er das Steinmetz-Logo-förmige Muttermal an seiner Hüfte, sagen wir mal, hat. Und alle verneigen sich natürlich sofort, weil er ist der Auserwählte. Ja. Und daraufhin bekommt er auch den Stein der Schande abgelegt und den Stein des Triumphes um den Hals, der viel, viel größer ist. Und alle rennen einfach vor auf Mount Springfield zu seiner Krönung. Und er muss eben diesen Stein hinter sich herziehen noch. Ja. Und nun, als Auserwählter, hat er eben das Recht, dass erstmal er die oberste Instanz der Steinmetze ist, aber auch, dass er einen riesigen Hut bekommt, der richtig gut aussieht. Ja. Genau. Und er nimmt sich auch vor, sich das nicht zu Kopf steigen zu lassen und seine Macht nicht auszunutzen. Aber er rennt dann natürlich immer wieder nochmal auf diese Bühne, wo sich die Leute dann verbeugen müssen. Ja, er hat viel Spaß damit. Ja. Und er lebt auch den Lifestyle einfach. Genau. Und als nächstes wird er dann auch direkt gemalt. Er kriegt so ein schönes Ölgemälde, wie er die Steinmetze in die Freiheit führt, während er in Wirklichkeit einfach nur auf dem Sofa liegt. Und von sich selbst sagt, er hat immer daran gezweifelt, ob es einen Gott gibt. Aber jetzt weiß er es, er ist es selber. Ja. Und da merkt Lisa an, dass er sich vielleicht nicht zu sicher sein sollte seiner Position, dass er sich vor den Iden des Mards in Acht nehmen soll. Und er sagt einfach nein. Also ich bin mir auch sicher, er weiß nicht, was es ist. Das ist an Julius Caesar angelehnt, der auch damals, glaube ich, sehr an seiner Macht gehangen hat und daraufhin gelünscht wurde. Ja. Und so könnte es auch eventuell Homer ergehen. Ja. Aber Homer wird erstmal weiter von denen verhätschelt und verhätschelt, von den Steinmetzen. Genau. Jetzt gehen sie zum Bowling und Homer schmeißt fast einen Strike, aber ein Kegel bleibt noch stehen. Und Wiggum holt dann natürlich sofort die Knarre raus und schießt den noch nieder. Also es beginnt so, dass sie halt wirklich sich so einschleimen bei Homer und so richtig schlimm irgendwie ihn immer gewinnen lassen. Auch als sie einen Billard spielen, holen sie irgendwie so einen Wagenheber und machen den Tisch so, sodass eigentlich alle Kugeln in ein Loch rollen müssen. Also es ist alles sehr schlecht. Ja. Und auch Poker spielen sie dann. Alle spielen erstmal mit offenen Karten, als er sich umguckt. Also alle zeigen ihm seine Karten. Und er weiß aber eigentlich, glaube ich, gar nicht, wie Poker funktioniert. Aber Karl weist nicht darauf hin, dass er eine Royal-Probe hat und dass er deswegen schon wieder gewinnt. Und da verlangt er doch von ihnen, dass sie bitte fair spielen sollen und ihn nicht immer gewinnen lassen sollen, weil das wird langsam halt schon langweilig. Sie sollen ein bisschen ehrlich sein. Genau. Aber niemand will irgendwie was Schlechtes über ihn sagen, denn natürlich will niemand die Rache des Auserwählten oder des Steinmetz Gottes oder whatever auf sich ziehen. Und deswegen, ja, bleiben sie alle so heuchlerisch. Dann kommt so eine kleine Lückenfüller-Szene, würde ich sagen. Denn Homer kommt in die Schule und redet mit Lisa. Und Skinner entlässt erstmal da alle draußen, weil er ist halt, sein Held kommt jetzt. Er geht auch auf die Knie und kriecht dann rückwärts raus aus dem Zimmer. Und er redet da einfach mit Lisa kurz drüber. Aber dass er halt, ja, redet über seine Sorgen mit ihr. Genau. Und Lisa sagt ihm dann, er kann doch jetzt mit der Macht, die er hat, was Gutes anstellen, anstatt immer nur sich zu trinken und Pingpongen und andere Barspiele zu spielen. Und deswegen nimmt er sich das auch zu Herzen. Bei seiner nächsten Ansprache sagt er in den Steinmetzen, dass sie doch vielleicht den weniger glücklichen Menschen helfen können. Und, ja, da haben die anderen wenig Bock drauf, weil sie sind eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Lifestyle. Aber er ist immer noch der Außerwelt und deswegen müssen sie das jetzt machen. Erstens eröffnet er eine Kindertagesstätte, wo dann die ganzen anderen mit den Kindern spielen müssen. Und niemand hat da so richtig viel Motivation. Also, ja, sie sind jetzt nicht mehr so ganz zufrieden mit ihrem Anführer. Ja, und sie streichen dann auch noch ein großes Haus in derselben Farbe wie in dem Himmel, in einem sehr schönen Himmelblau. Und da fliegt dann ein Hubschrauber auch rein, weil er scheinbar denkt, das ist immer noch Himmel. Sie haben noch die Fenster gestrichen, das fand ich auch sehr clever. Ja. Ja, und die Steinmetze wollen ihn jetzt erstmal umbringen. Macht Sinn. Da gibt auch der internationale Rat, gibt dafür das Go. Zum einen sitzt da drin Orwell Redenbacher, ist irgendeine Popcornfirma in den USA, der auch scheinbar ziemlich das eigene Markenmaskotchen ist von dieser Firma, der Erfinder. Dann Jack Nicholson, Schauspieler. Mr. T von der Serie A Team und George Bush, der auch in der letzten Folge schon vorgekommen ist. Also George Bush ist im Moment sehr präsent. Und Mr. T kommt noch in der Folge vor, wo Krusty seine Bar Mitzvah hat. Ja, stimmt. Das weiß ich auch noch. Ja, und alle wollen jetzt einfach aus den Steinmetzen austreten, um ihn doch nicht umzubringen. Ja, und deswegen gründen sie die Keine-Homer-Vereinigung. Und auch hier steht Homer wieder vor der Tür und will mitmachen, aber er darf leider nicht, weil schon ein Homer drin ist. Nämlich schon wieder der gute alte Homer Klampert. Er ist ihm immer einen Schritt voraus. Das ist echt so. Der weiß einfach, wo ein neuer Club eröffnet wird. Ja. Ja, und Homer redet jetzt im Steinmetztempel vor ein paar Affen noch, mit denen er die Schlacht von Gettysburg, glaube ich, nachspielen will. Die sitzen auch da allen in so Bürgerwehr-Kostümen. Und ja, die Familie kommt in den Steinmetztempel und will ihm sagen, ja, komm doch nach Hause, ist doch egal hier. Hier ist doch keiner mehr. Komm zu uns, weil du bist ein Teil des Club der Simpsons, der sehr exklusiv ist. Genau. Und zwei Mitglieder haben ganz geheime Ringe. Und da fühlen sich Bart und Lisa angesprochen und holen diese geilen Ringe raus, die man reinpusten kann. Und dann dieses ultranervige Geräusch kommt. Was auch sehr schön ist, aber eigentlich meinte Marsch natürlich ihre Eheringe. Ja. 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 Und alle sind happy und zufrieden. Und Homer wird daheim ganz in der Club-Manier. Auch der Steinmetze wird einfach weiter auf den Hintern gepaddelt von Bart und Lisa diesmal. Genau. Und damit endet die Folge. Ja, war ein schönes Ende. Ja. Wie fandest du die Folge? Was soll ich noch zu dieser Folge sagen? Es ist einfach ein Meisterwerk von vorne bis hinten. Allein diese, es sind so viele gute Gags drin. Auch die ganze Zeit dieses Thema von wegen so, dass so Verschwörungsmythen aufs Korn genommen werden. Von wegen, dass die wirklich alles kontrollieren. Dass die irgendwie eine eigene Notrufnummer haben und das alles. Ja. Das ist so absurd. Einfach, aber es stimmt offensichtlich, weil die Simpsons sagen, dass es die Organisation gibt. Also glaube ich das ab jetzt. Ich glaube es auch. Hat man Nummer 1 eigentlich nochmal gesehen irgendwo? Ich glaube nicht. Eigentlich schade. Ja, ist wirklich schade. Er ist eine Autoritätsfigur. Ja. Das stimmt. Nee, auf jeden Fall eine mega gute Folge. Einfach, ja, das kennt jeder, glaube ich, der die Simpsons viel gesehen hat. Früher kennt jeder diese Steinmetze und diese Folge. Und es ist eine absolute Klassiker-Folge und die ist mega gut. Es sind einfach so viele gute Gags drin. Allein der Stein der Schande. Da lacht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr drüber, wenn man das das erste Mal gesehen hat. Ey, das ist super. Ja. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen zu der Folge? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach alles. Schaut es euch an. Ja. Es ist ein guter Einstieg. Selbst für die, die diesen Podcast hören und noch nie eine Folge Simpsons geguckt haben, was bestimmt 0,2 Prozent sind, dann guckt euch diese Folge an. Ja, die sprechen dann aber auch kein Deutsch wahrscheinlich. Das sind einfach so welche, die irgendwie Deutsch lernen wollen und irgendeinen deutschen Podcast hören und gar nicht wissen, was es hier geht. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, genau. Grüße. Schreibt uns doch mal. Also ihr werdet das jetzt nicht verstehen, aber macht es trotzdem einfach. Ja. Wir haben noch organisatorische Ankündigen zu machen, denn wir haben unsere Liste momentan abgearbeitet. Und wir werden auch beide auch gemeinsam in Urlaub sein, die nächste Zeit. Oder die nächste Woche zumindest. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Sommerpause einlegen. Genau. Ich bin dann auch nochmal in Urlaub. Deswegen bis September war das hier jetzt die letzte Folge. Aber im September geht es natürlich wie gewohnt wöchentlich weiter mit uns. Und das könnt ihr natürlich als Anlass nehmen und uns gerne alle eure Folgenwünsche, die ihr schon immer mal hier besprochen hören wollt, wolltet uns natürlich schreiben. Und dann haben wir wieder genug Stoff, um dann viele Jahre weiterzumachen. Ja, das stimmt. Wir sind auch wirklich sehr knapp vor den 100 Folgen, glaube ich. Ja, deswegen... Langsam eng. Haut rein. Vielleicht ist eure Folge dann die 100. Genau. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen machen wir auch die Sommerpause, damit wir länger Zeit haben, uns zu überlegen, was wir für Folgenwünsche machen. Das kommt noch dazu. Aber ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir letztens irgendeine Folge gewünscht, dass sie sich irgendjemand anderes wünscht. Und es kam nicht einmal dieser Folgenwünsche. Und ich weiß auch schon nicht mehr, welche Folge es war. Das kostet noch sehr traurig dazu. Dann wissen wir jetzt wohl, wer der Beliebte hier ist. Ja, für jeden. Der Milhouse. Nee, ich weiß echt nicht mehr, was ich mir gewünscht habe. Weißt du es noch? Äh, nein. Oh Mann, ärgerlich. Das ist gar nicht mehr. Aber offensichtlich bin ich die Nummer 1. Du bist die Nummer 1. Ich bin die Nummer 13. Ich bin zwischen Lenny und Karl. Okay, ist auch noch gut. Ich würde gerne wissen, wer zwischen Lenny und Karl ist, wenn die wirklich zu 11 und 14 waren. Das stimmt. Vielleicht gibt es auf dem Steinmetze-Wiki irgendwie eine Tabelle. Ja. Also ich weiß noch, dass es auf jeden Fall gab, es gab irgendwie bei Simpsons Springfield damals in meiner aktiven Zeit, gab es irgendwie das Steinmetze-Event. Und da wurden auf jeden Fall jedem Einzelnen von den berühmten Charakteren irgendeine Nummer zugeordnet. Ich weiß nicht, ob jemand die Nummer 13 hatte. Ich ja, ich habe das Event leider verpasst damals. Ich habe ja immer so Wellen, wo ich das spiele. Jetzt war übrigens gerade Hunde-Event. Da gab es unter anderem, ja, Danger Dog von Ralf gab es zum Beispiel als Charakter. Oh mein Gott. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Fantastisch. Aha. Ja. Gibt so viele gute Hunde bei den Simpsons. Ja, nee, da wurden noch viele erfunden, glaube ich. Aber egal. Ja. Ich habe auch Lassie bekommen. Oh, nice. Auf jeden Fall. Wie ist ein anderer Collie? Ja, das stimmt. Die Collie, die den Simpsons hatten. Ja, genau. Das war der, glaube ich. Ah. Okay. Also, ich glaube, das ist der. Irgendfalls, wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit. Kommt gut durch. Und wir hören uns im September wieder. Ja. Wir sehen uns. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.